Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxes, Blood and Wine und ich habe mal ein ganz gutes Level hier. 48, nicht schlecht. Der Dicke ist vergiftet, da haben wir wieder einen Trottel mit Bogen. Au, au, au. Was ist denn jetzt passiert? Warum habe ich denn jetzt Katze genommen? Oh fuck. Warum liegt denn Katze da, wo Schwalbe sein soll? Ach verdammt nochmal. Belegender weißer Honig, da müsste Katze sein. Toll. Vielleicht hätte ich den weißen Honig mal vorher nehmen sollen, um das hier loszuwerden. Dieses blendende Weiß. Aber ich kann trotzdem noch was tun. Du wirst es nie lernen. Komm, stirb. Hä, warum hat denn der nicht angegriffen mit seinem scheiß Schild? So, hätte er definitiv keinen Bock, jetzt hier noch in 5 Minuten mir dieses grelle Weiß anzugucken, deswegen nehmen wir direkt weißer Honig. Krone, hat jemand die Zwiebel mit? Ich habe nur noch 30, ich will mehr haben als 30. Mist. Oh nein, keine Zwiebel. Sehr blöd, sehr schlecht. Unangenehm. Fleckiges Pergamon. Was, zu Hause ist es am schönsten? Was, was habe ich denn jetzt gemacht? Zu Hause ist es am schönsten? Zu Hause ist es am schönsten? Okay, merken. Zu Hause ist es am schönsten. Merken, zu Hause ist es am schönsten. Nachgucken. An Chuck Leroux. Leroux? Keine Ahnung. Was zum neunschwänzigen Teufel machst du hier noch? Habe ich dich nicht in einem herrlichen Urlaub geschickt? Gestern haben diese geflügelten Scheißefresser Gilbert glatt beim Pinkeln von der Mauer gepflügt. Wie viele Männer soll ich noch durch deine Inkompetenz verlieren, du hohlköpfiger Trottel? Du solltest nach meinen Anweisungen eine Ballista bauen und diese Flugechsen töten. Wenn das nicht binnen zwei Tagen erledigt ist, stopfe ich dich mit Schwefel voll und werfe dich den Monstern zum Fraß vor. Vielleicht trägst du auf diese Art so Problemlösung bei. Okay. Gruß, gruß, grußlos, Phillybert. Ja, was war es? Zu Hause ist es am schönsten, war die Quest. Was war falsch? Was war es nochmal? Journal? Jot. Ja, genau. Zu Hause ist es am schönsten. Warte zwei Tage, bis der Garten instand gesetzt ist. Hä? Hä? Wieso war denn das gerade? Zu Hause ist es am schönsten? Was haben wir denn gerade hier gemacht? Das Zuhause ist es am schönsten. Irgendwas erledigt. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Egal. Auf zum nächsten. Kurz gucken, ob wir noch irgendwas geiles. Es ist schon ein größeres Lager, aber ich hätte eigentlich auch keinen Bock hier alles einzeln zu tuten. Scheiß drauf. Was? Nächste Fragezeige. Jetzt nur 100 Schritte entfernt. Sorry, Plätze, da brauche ich dich nicht. Du kommst eh nicht hier hoch. Das sah auf der Karte irgendwie viel weiter weg aus. Sprecher nochmal. Essen mal was. Greifen von oben. Ein Hinterhalt. Warte, Schatz. Oh. Das sollte er aber umbringen wahrscheinlich, denke ich. Machen wir es halt. Ein Schleimling. Zuhause ist es am schönsten. Ach, jetzt habe ich sie lesen. Alles klar. Die Aufträge, die wir abgegeben haben, die werden gerade einer nach dem anderen beendet, weil die Zeit drum ist. Es dauert ja immer eine bestimmte Zeit. Jetzt verstehe ich es. Alles klar. Bleib doch mal hier, Mäusel. Das war's gleich. Na, tot. Tut mir fast ein bisschen leid, so eine majestätische Gestalt umzubringen, aber egal. Große Igni-Klüfe. Sehr schön. Die brauchen wir immer. Die können wir nicht looten. Blaubeeren und zweimal Schwefel. Anweisungen auf zerrissenen Pergament. East East. Babbel. Schnapp dir diesen Karton-Jungen und füll ihn ab. Damit meine ich, dass er dir erlallend und brabbelnd seine Liebig stehen soll, bevor er sich auf die eigene Stiefel kotzt. Das ist nur ein kleiner Idiot, der braucht nicht viel. Sobald der große Einhunder sieht, fessele ihn und stopfe ihn voll mit tödlichen Nachtschatten und Schwefel, so wie du eine Gans von Sau Wien stopfen würdest. Angeblich lieben Drachen Jungfrauen. Vielleicht holt sich also einer dieser fliegenden Schlangen über Camp Desolet dieses Früßtchen. Und da du es zuvor schön gewürzt hast, wird es vom Reptil verschlungen, das dann tot umfällt. Bitte sei vorsichtig, wenn du dieses Abendessen für die Bessie präparierst. Ich habe schon genug Männer verloren. Hat aber anscheinend nicht funktioniert. Sind alle gestorben dabei und der Schleimling halt nicht. Das ist ja sehr sinnvoll. Kommen wir aber gerade wirklich schnell voran. Vielleicht schaffen es ja doch heute alle. Naja, nee, schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Zwei, drei werden schon übrig bleiben. Okay, jetzt sieht es wieder sehr uneben aus, geländemäßig. Dann werden wir mal rennen und plötzlich nicht belasten. Er fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen vernachlässigt, unser gutes Pferd. Oh, mehrere reitende Banditen, die glaube ich nicht zu meinem Quest gehören. Deswegen würde ich die gerne nicht bekämpfen müssen. Geh doch einfach. Ich habe eine Idee. Schlechte Idee. Nee, das ist eine gute Idee, Geralt. Ich habe eine Idee und Geralt sagt, es wäre eine schlechte. Was ist da denn los? Weil ich renne einfach da rüber, wo ich eh hin muss. Und dann folgt mir der Ritter sowieso nicht so weit, denke ich. Okay, wie komme ich hier rein? Oh, da sind noch mehr Banditen. Das ist ja ein richtiges Banditenlager, wie ich sehe. Hallo, das hier ist doch nur... Oh Gott, was ist denn das für eine unsichtbare Wand? Oder Mauer? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh, sie haben uns aber schon gesehen. Mist. Warte mal, können wir einfach da rüber laufen? Wenn wir eine unsichtbare... Oh Gott. Ist das geil. Wir können einfach da rüber laufen und fallen halt doch runter. Naja, komm, wir bekämpfen sie jetzt. Es sind aber echt verdammt viele. Es sind aber echt verdammt viele. Es sind echt verdammt viele. Es sind viel zu viele für meinen Geschmack. Und ich würde halt gerne hier vorbei. Oh, nein. Nicht... Ja, es war wieder... Es war wieder hervorragend, dass ich wieder in einem Dead End war, wo ich nicht mehr weitergekommen bin. Also es war kein richtiges Dead End, aber ich konnte in die Richtung nicht weiter, wo ich weitermachen wollte. So, das bedeutet jetzt logischerweise, dass wir spätestens jetzt es natürlich nicht mehr schaffen werden, alle Fragezeichen zu erledigen, weil das kostet jetzt schon wieder eine Minute oder so. Ne, eine Minute wahrscheinlich nicht, aber einige... Einige... Wie sagt man? Ihr wisst, was ich meine. Es kostet zu viel Zeit und das ist die Zeit, in der wir eigentlich hätten. Und alleine der Kampf jetzt gegen diese, weiß ich nicht, gefühlten 20 Banditen, der wird erst mal dauern. Ich weiß, ob ich ihn beim nächsten Mal direkt schaffe. Vor allem, wenn ich gegen alle auf einmal kämpfen muss und dazu kommen noch, die haben echt ganz gut abgezogen, als sie mich getroffen haben. Also wirklich viel hat nicht gefehlt. Drei Schläge oder so. Aber die haben ja auch ein gutes Level mit 48. Okay. Ich gehe mal woanders rein. Das war kein guter Eingang. Vielleicht gibt es sowas wie einen offiziellen Eingang. Aber ich glaube, wir sind auf der falschen Seite. Wir müssen, glaube ich, von links rein. Ich könnte auch auf die Karte gucken. Das ist ja jetzt zu einfach. Okay. Hallo? Muss es doch einen regulären Eingang geben. Hier. Und sich schön in einer alten Burg eingenistet. In einer Burgruine. Gehen wir zuerst auf den Bogenschützen. Na, komm schon. Dengegen so viele ist es am leichtesten halt, diese Kontraattacken zu machen. Sei denn halt dieser beschissene Burgenschützer schießt immer vorher auf uns. So. Saga, die ziehen echt viel ab teilweise. Saga, die ziehen verdammt viel ab. Am herr, du Spast. Gehst du zu auf den Sack, ey? Nein! Ich das hasse. Wie ich das hasse. Ich sage ja, die ziehen verdammt viel ab. Wenn ich dran denke, muss ich mal gucken, ob meine Rüstungen alle voll sind. Also, ob die nicht gerade schon wieder 50% weniger abhalten. Weil sie beschädigt sind. Das wäre ein bisschen nervig. Ansonsten. Fehlende Geduld. Das ist immer der größte Feind in solchen Situationen, wenn man viele Gegner hat. Fehlende Geduld. Komm schon. Sind mittlerweile so mächtig, wir dürften eigentlich überhaupt gar keine Probleme mehr damit haben. Ach ja, jetzt kommt ja auch ein vielleicht auch ein Film rauskommen oder eine Serie. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was es wird. Also, ich weiß es nicht mehr. Entweder eine Serie oder ein Film. Und ich glaube, produziert wird es von Netflix. Aber, da die ja mittlerweile auch Filme produzieren, weiß ich nicht, ob es jetzt eine Serie wird oder ein Film. Ich habe nur gelesen, dass Siri nicht von einer Weißen gespielt werden soll, sondern entweder von einer ethnischen Minderheit, also Asiate oder Mexikaner oder irgend sowas. Oder halt von einer Schwarzen und da gab es wohl schon ziemlich einen Stress aus der Community, was ich irgendwie nachvollziehen kann, weil... Oh, hallo. Da geht einfach weiter. Weil ja, Siri ist halt eine Weise, weiß ich nicht, warum man da mit Absicht was anderes machen will. Keine Ahnung. Es gibt glaube ich genügt andere Charaktere, die man da in der Serie oder in dem Film dann entsprechend machen kann. Also, weiß ich nicht. War nicht merkwürdig. Jetzt haben wir erstmal diesen Spast. Blöden Burgenschützenblatt gemacht. Zeit ist super. Machen wir es halt so, wenn du nicht anders sterben willst. Okay, war es... Ich sage ja, wenn man dich mit Geduld und mit ein bisschen Verstand hier hinstellt und kämpft, ist es halt plötzlich total einfach, ne? Machen wir fünf Sekunden und bumms aus Nikolaus. Die anderen haben das scheinbar noch gar nicht mitbekommen, dass ich hier gerade ihre Freunde platt mache, aber egal. Sprech gehabt. Schöne ist, wir können jetzt sogar zwischenspeichern, weil wir nicht mehr im Kampf sind. Das ist wahrscheinlich auch von dieser Zwiebelbande, also von den Hauptbanditen hier in Buclair ein... Viel Essen, sehr schön. Ein Zwischenlager. Ich frage mich, ob die mittlerweile eigentlich wissen, dass ihr Chef tot ist, dass ihr Hauptlager zerstört ist. Das Auge von Nehalini. Ich sollte es benutzen. Für was denn? Ah, für das hier. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Geheimnisvoll. Geheimnisvoll. Aha, wieder mal ein kleines Labor. Gnomische Scherze. Gnomische Scherze. Der geborene Jäger. Eine Studie über Garkins. Kennen wir noch nicht. Interessant. Ein Garkin wird für gewöhnlich als Niederer Vampir beschrieben. Das klingt ein wenig irreführend, da er extrem gefährlich und verschlagen ist und von Menschen nicht besiegt werden kann, auch in Überzahl nicht. Der Garkin besitzt einen hochentwickelten Geruchssinn. Wenn er einmal seine Pferde aufgenommen hat, bist du so gut wie tot. Er hat eine besondere Vorliebe für junge Mädchen und Jungen, lehnt Kinder aber auch nicht ab. Daher wohl der Glaube, dass Jungfrauen die Leibspeise von Vampiren seien. Allerdings steckt auch hier ein Funken Wahrheit dahinter. Es geht hier jedoch nicht um die Jungfräulichkeit, sondern um den Grad der Blutverschmutzung. Je jünger und gesünder das Opfer, desto größer ist der Leckerbissen für einen Garkin. Treffen wir jetzt auf so einen Garkin oder ist das einfach nur so eine kleine Info für den interessierten Leser quasi? Uh, geheimer Knopf. Der eigentlich gar nicht so geheim ist, aber egal. Verdammt. Morüs Tagebuch. 11. September 1121. Ich habe die Bestätigung erhalten, dass Jerome in Fort Usa eingetroffen ist und dort bleiben wird. Ich bin so aufgeregt, dass ich gar nicht weiterarbeiten kann. Doch ich muss ruhig bleiben, damit ich planen kann. 13. September 1121. Er ist recht überraschend gleich nach Einbruch der Dunkelheit eingetroffen. Er hat sich sehr verändert, ganz hager und narbenbedeckt. Natürlich war er zornig, dass ich ihn unter Vorwänden hergebracht habe, aber welche Wahl blieb mir denn? Eines Tages ist er selbst Vater und dann wird er mich verstehen. Ich öffnete in meinem Büro ein Portal und brachte Jerome in mein Labor. Damit erschöpfte ich meinen Aktivierungskristall, aber zum Glück habe ich noch einen Ersatzstein. Ich habe dem Knaben Zeit zum Nachdenken gegeben, da ich es vorziehen würde, wenn er freiwillig teilnimmt. Unterdessen werde ich den Arborat vorbereiten. Ich glaube, ich muss die alten Lederbänder des Tisches ersetzen. Was ist das schon wieder der Typ? Der scheint ja überall seine Spunde hinterlassen zu haben. Der Hexer ist also durch das Platzverhalten... Was war das denn? Irgendwelche... Ach, jetzt kommen die Banditen und so und Hunde, weil sie mich irgendwie mitbekommen haben, oder was? Macht aber nichts, weil die gerade... Hier ist es zu eng, die können nicht campen, wie das sieht. Ich habe doch abgewehrt. Ich habe doch schon wieder abgewehrt! Was war das denn? Ich bin die ganze Zeit am Blocken! Ach so! Ich habe die Fackel in der Hand, da kann ich nicht blocken! Oh, nein! Ich bin die ganze Zeit am Blocken und denke mir, warum treffen die mich denn? Warum treffen die mich denn? Und es liegt an der Scheiß-Fackel, weil Gerald dann nicht die Fackel fallen lässt oder irgendwas... fallen lässt, sondern... Er blockt einfach nicht und ich bin in dem Moment nicht drauf gekommen. Scheiße! Ja, Satz mit X, das war wohl nichts, wir müssen wieder laden. Oh! Nervig! Was soll's? Wir haben Zeit, wir haben keine Geduld, aber Zeit, denke ich, hoffe ich, weiß ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na, welches Lied war das? Korrekt, Road to Mendeley von Robby Williams. Beste Popsinger aller Zeiten. Ich dachte, ich sag's mal. Come on, come on, oh, es war so einfach eigentlich, und ich hab vergessen, dass ich nicht blocken kann. Jetzt sind wir wieder hier, was soll's? Na? Wie ärgerlich. Oh, und wir haben nur noch einmal Spalbe. Naja, das kriegen wir auch so hin. Das Auge von Nehaleni. Ich sollte es benutzen. Okay, diesmal keine Fackel, weil... Fackel doof. Kann ich da nicht kämpfen, wenn die mir auf den Sack gehen. Aber ich seh halt auch nichts mit den Fackeln, ne? So, nur wenig. Oh! Der Hexer ist also durch das Portal irgendwo hingeraten. Verdammt! Ich hab das mal wieder zugemacht. So, müssen wir nicht auf den Sack gehen. Oh, jetzt kommen nämlich auch alle angerannt. Seht ihr's? Da sind sie jetzt alle. Das ist also eine Art Falle anscheinend. Und die wissen nicht, wie sie reinkommen sollen. Oh, wie geil! Das sind aber echt viele, verdammt nochmal. Kann ich die treffen? Jetzt ist man nicht Igni benutzt. Man trifft sie mit Igni! Oh, wie geil ist das denn? Guckt's euch an. Das heißt, ich kann jetzt immer wieder Igni machen, weil sie sich da sofort auflädt. Das ist ja mal ein geiler Bug. Wir müssen halt brennen, um Fettschaden zu bekommen. Oh, sie sind alle weg. Seht ihr das? Es sind ja dann nach hinten gegangen, jetzt kann ich sie nicht mehr treffen. Naja, gut, komm. Okay, wir müssen die Fackel ausmachen, wenn ich blocken kann. Na, wie lange soll ich noch machen? Immer wieder herein, da ist es schön eng, da ist es leichter. Seht ihr leider nicht richtig, weil der zum Schlag ausholt, deswegen ist es so schwer, das korrekte Time. Das war noch nicht alle Gegner, ein paar sind wieder weg, zum Beispiel sind die Hunde wieder weggerannt. Aber es macht ja nichts, ich meine einzeln, ist leicht. Ich gebe alles mit, damit es nicht mehr leuchtet. Zwiebel! Zwiebel! Falsch, falsch, falsch. Kronen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Karten, Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Was ist mit der Notiz? Ach, das ist gar nicht zum Lesen gewesen, das ist einfach so eine sinnlose Notiz, die man nicht lesen kann, alles klar. Ja, egal, bis zum nächsten Mal, Praxis, tschüss, tschüss, tschüss. tschüss. Vielen Dank.